Ich verletze mich ekelhaft, Freunde. Achtet bei dieser Aktion bitte nur auf mein Sprunggelenk. Meine Bänder haben sich hier komplett verabschiedet. Und dabei fing der Dreh mit Max Meier eigentlich richtig cool an. Bei der Freekick-Challenge sind uns beide zum Beispiel richtig, richtig coole Tore gelungen. Und auch bei den anderen Challenges haben wir immer wieder richtig, richtig starke Aktionen dabei. Zum Glück war die Challenge, wo ich mich verletzt habe, einer der letzten Challenges. Das heißt, ich habe die ganzen Videos vorab gedreht. Jetzt musste ich mich aber erstmal auskurieren.